Guten Morgen, jetzt ist es wieder mal so weit. Man kann schauen, dass ich hier in Bern am Bastel am Bahnhof bin. Es geht, dass wir nicht so weit fahren. Bis zum Bierhübel, wo das erst noch unterirdisch ist. Es ist ja unter dem Bahnhof, dann steht der neue RBS Bahnhof. Da kann man jetzt offenbar so ein bisschen Radbau rein in die Kavernen, die vor dem RBS Bahnhof sind. Und ja, unter dem Bahnhof ist ja die Unterführung, die auch zu einer grossen Teil jetzt schon ausgebrochen ist. Und unter der Unterführung sind sie noch weiter am Bau. Das steht also so angeht bis 2029. Und zusammen ist ja der Zugang dann zu den Bahnhof, wo man offenbar so ein bisschen durchlaufen kann. Ich bin gespannt, wie das dann aussehen wird. Dann haben sie ja einfach erzählt, dass man dann später auch unterirdisch zur neuen Unterführung kann. Ja, schauen wir doch die ganze Sache an, wie das dann aussehen wird. Und bis später. So, Europa-Parken lautet. Es ist ziemlich lange in die Kolonne, aber gehen wir gleich mal Hirschengraben vor. Kaum stehst du vor der Tafela geht es vorwärts, oder? Wir sind da schon ein paar zurück. Ich habe schon gedacht, da ist irgendwie Sackgasse, aber wir sind richtig. Hier sieht man es halt nicht raus. Aber hier geht es richtig Hirschengraben, so wie es aussieht. Wir sind hier im neuen Bubenbergzentrum. Was da genau hier rein kommt, keine Ahnung. Geschäfte oder so. Hier staunt es. Der Zweck des Zwangs ist mir nicht ganz ersichtlich. Also man fängt einen weiter hoch oder man kommt von unten, keine Ahnung. Und dann sind wir durch eine Kreuzung staunt sich. Die Kolonne hier. Also ich dachte, es geht hier in die unterirdische Baustelle. Der unterirdische Rundgang. Vergiss es, es geht zwei Etagen. Kannst du hier schauen. That's it. Hier geht es jetzt ab. Das ist ja auch gearbeitet. Jetzt ist es ein wenig weiter ausgebrochen. Und dann lässt man es hier in die Verbindung ein. Rundgang mal schau. Oh ja. Oh ja. Also das, was jetzt hier rechts ist, das war noch gar nichts. Also das ist jetzt echt so gut vorwärts gekommen. Also wir sind hier unter dem gesperrten Gleis. Also das hier oben wäre ein Gleis. Und hier wäre das Büro. Ja. Und darum ist ja das. Wenn man oben steht, sieht man ja das selten hier, oder? Sind wir genau hier drunter. So. Das ist ja, es geht auch noch Zeit. Bis sie dann hier anfangen, mal hier. Die Seite aufzutun. Jetzt gehen wir zu diesem riesen Schacht vorne. Ja. Wo da eigentlich Richtung Längegasse ist. So, voilà. Schwimmt so. Die schauen sich da viele Sachen. Das ist, ich hoffe da, bei grossen Schanzen. Ich gehe aber vielleicht auch nachher. So sieht es aus. So, es hat es selten später ausgesehen. Ja. Hier in der Last. Mal schauen wir hier drunter. Keine Ahnung. So sieht es aus. Also hier ist Kasi Elevereinigung. Was ich brauche. So. Und jetzt können wir da irgendwie mit Sibano 4. Mal schauen. Ich habe nicht... Äh. Ich glaube, hier sind die Lüfte der richtigen Schanzen. Warte mit dem Lüft auf jetzt. Grosse Schanzen. Was ich noch nicht angesehen. Ist der Zugang zu dem Rundgang, wo ungeriedisch sein soll. Ist eigentlich aus einer Schacht angeschrieben. Jetzt probiere ich das Ding zu finden. Und eben kannst du anschauen. Ich glaube, das geht da vorne links. Aber keine Ahnung. Ich gehe auf den Balkan vorne. Hier ist ja das Kurzparking. Und dann geht es in den Bahnhof hinein. Bahnhof... äh... Postautostation. Und etwas, das wir letztes Mal noch nicht haben können filmen. Die neuen Mikas sind jetzt im Einsatz. Hier hat sie eben gerade der Lötschberger, der hineinfährt. Einer von den typischen Zügen. Der Interregio 16 von Zürich. Erkennbar daran, dass es hier halb 4,5 Doppelstock ist. Hier ist es. Passt die Sänger rein, oder? Jetzt gibt es hier vorne auch einen Install. Dass es hier noch da steht, erstaunt mich. Jetzt bin ich gespannt. Weil der Tunnel ist jetzt freigegelegt. So, ich muss durchfahren. Oder eben nicht mehr. Also, es ist im Fahrrad, wo die Wand ist. Und hinterher kann man offenbar auch gehen. So, hier sind wir jetzt in Richtung. Es steht etwas von 10 Minuten. Am Festführer haben sie etwas für eine Stunde gerechnet. Also, das ist das Gesamtgemeinde. Mit allen, mal schauen. Ah, sie hören etwas. Aber ihr seht, die Räder sind auch nicht grossartig. Kommt von hinten zu vorne. Weil ich jetzt noch ins Auto lachen. Und es geht dann später links rein. So, der neue Tunnel. Von mir, als ich gesehen habe, kann ich sie da etwas orange beleuchtet sein. Ach, ich bin gut. Also, irgendwie planen wir auch, der RBS mit Doppelstock-Zug durchzufahren. Das ist eine richtig höchste Ebene. So, letztes Mal ist der Fahrrad fertig gewesen. Jetzt sollte es ja eigentlich hier weitergehen, oder? Also, wir sind jetzt hier wirklich dort per Abstellanlage. Und jetzt sollte es ja dann ein wenig Triban auf hineingehen. Hier ist der Verpflegungsstand geflogen. So, hier wird die ganze Sache aufgedeilt. Ich glaube, man kann rechts oder links durch. Offenbar links und rechts raus. So, wenn es gesichtige Tüte. Wir müssen jetzt aber das heute lesen. Wir sind jetzt offensichtlich direkt unter dem jetzigen RBS Bahnhof. Und jetzt sollen wir so, sogar schon unter der SBB Gleis sein, scheint es. So, hier vorne geht es so wieder rechts rein. Und dann gleich wegen der Zug. Hier kommt man nicht wirklich durch, um es uns so zu zeigen. So, das ist jetzt auch der Verteiler zu den Gleisen. So, das ist jetzt auch der SBB Gleis. Aber er hat noch nicht freigeschufelt. Hier haben wir jetzt gerade den SBB Warp gesehen. Also, man sieht schon hinten wirklich viel. Aber jetzt geht es wieder hoch. So, das ist heute, glaube ich, das Video. Ich hoffe, ihr habt noch gefallen. Danke fürs Zuschauen. Und es geht jetzt dann schon nächste Woche weiter. Und dann wird es wieder auf Europa-Pflot. Also in Spursjublaam 4 von Bahnhof. Und dann wird es echt gerade wie sie zusammen auf der Schirm.